König Charles wird nächste Woche einen besonderen Auftritt beim Commonwealth Day Service auf Celebration haben. Am Dienstag gab der Buckingham Palace bekannt, wie der König an der jährlichen Veranstaltung in der Westminster Abbey beteiligt sein wird. Der Palast teilt damit, dass während des Gottesdienstes eine vorab aufgezeichnete Ansage des Monarchen abgespielt werde, der während seiner Krebsbehandlung öffentliche Pflichten verschoben habe. Die Veranstaltung feiert das globale Netzwerk von 56 Ländern unter dem Motto 2024 eine widerstandsfähige gemeinsame Zukunft, die Umgestaltung unseres Commonwealths. Es werden 2000 Gäste erwartet. Der König wird zwar nicht persönlich anwesend sein, dafür aber zahlreiche Mitglieder seiner Familie. Der Buckingham Palace bestätigte, dass sowohl Königin Camilla als auch Prinz William an der Veranstaltung teilnehmen werden. Zu ihnen gesellen sich Prinz Edward, Sophie, die Herzogin von Edinburgh, Prinzessin Anne, Prinz Richard sowie sowohl der Herzog und die Herzogin von Gloucester als auch Prinz Edward, der Herzog von Kent. Laut Gerz Royals wird dies für die Cousins von Königin Elisabeth ein seltener Auftritt beim Commonwealth Day Gottesdienst sein, während die Herzogin von Gloucester bisher nur einmal an der Veranstaltung teilgenommen hat. Für den Herzog von Gloucester und den Herzog von Kent ist es die erste Teilnahme. Die jährliche Feier steht unter dem Motto Resilienz in einer Zeit, in der die königliche Familie mit einer Flut gesundheitlicher Probleme konfrontiert ist. Williams Auftritt bei der im Fernsehen übertragenen Veranstaltung, die neben Camilla ein wichtiger Teil des königlichen Kalenders ist, erfolgt, nachdem er sich letzte Woche aufgrund einer nicht offengelegten persönlichen Angelegenheit in letzter Minute von der Teilnahme an der Gedenkfeier seines Paten, König Konstantin von Griechenland, zurückgezogen hatte. Das Paar kam seinen königlichen Pflichten nach und trat weiterhin auf, während ihre Ehepartner weiterhin medizinische Behandlung und Truhe erhielten. Der Gemeinde gehören die Generalsekretärin des Commonwealth, Patricia Scotland, der Präsident von Malta, Außenminister, Hochkommissare, hochrangige Politiker und Würdenträger aus den gesamten Commonwealth an. Auch Glaubensführer sowie Schulkinder und Jugendliche aus den gesamten Vereinigten Königreich werden teilnehmen. Eine dem Buckingham Palace nahestehende Quelle verrät, dass Prinz Harry nach dem Gottesdienst zum Commonwealth der aufgrund der gesundheitlichen Probleme von König Charles seiner Rolle als Regent entzogen wird. Sollte König Karl III. aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft arbeitsunfähig werden, würde Wilhelm zum Regenten ernannt. Wenn der König starb, würde Wilhelm seinen Thron erben. Prinz Harry steht derzeit an zweiter Stelle in der Regentenliste. Wenn er entkleidet wird, rückt Prinz George auf die zweite Position vor. Tatsache ist, dass Harry sich nicht als Regent qualifizieren kann, wenn er seinen Wohnsitz nicht im Vereinigten Königreich hat. Es sieht so aus, als hätte die königliche Familie etwas für Harry zusammengeschustert und gesagt, dass er einen Wohnsitz an einer Adresse hat, auf die er kein Recht mehr hat. Wenn Charles das Schlimmste passiert, übernimmt William. Wenn William etwas Schlimmeres passiert, übernimmt George. Wenn George unter 18 Jahre alt ist, wäre Catherine höchstwahrscheinlich Regentin, bis er volljährig ist. Dies geschah mit der jungen Prinzessin Victoria. Ihre Mutter wurde zur Regentin ernannt. Durch die lebensbedrohliche Krankheit von Charles besteht plötzlich die Möglichkeit, dass der Harald zurückkommt und eine echte Machtposition einnimmt. Und das versetzt so viele Menschen in Angst und Schrecken. Es gibt so viel Angst. Vielleicht können die Politiker jetzt daran arbeiten, ihm ihre Titel zu entziehen und sie viel schneller in die Nachfolge einzuführen. Wenn die Harald aus einer Leihmutterschaft hervorgegangen sind, dann würde die Enthüllung eine Tat bedeuten, die so ungeheuerlich ist, dass die Entkleidung zügig durchgeführt werden müsste. Und das ist die Entkleidung zügig durchgeführt werden.